Guck mal, wer da ist, Jimmy. Der Weihnachtsmann. Ja, voll geil. Jetzt sag ihm schön, was du dir wünschst. Mann, halt die Fresse! Ich hab Mittagspause! Sind Sie wahnsinnig? Ich beschwere mich bei der Geschäftsleitung. Soll ich mir jetzt in die Hosen machen? Wenn Sie glauben, Sie könnten mein Leben noch mehr versauen, dann nur zu. Ich freue mich schon drauf. Kann es kaum erwarten.